Ja, hallo Leute, mein Name ist Jan, ich komme aus Hagen, bin 33 Jahre alt und Hobbyfotograf. Das Ganze hat letztes Jahr im Oktober angefangen. Eigentlich aus einer Laune heraus, weil man bei einem großen Elektronikunternehmen eine Spiegelreflexkamera gekauft hat. Und das hat mich so gefesselt, dass ich das Ganze momentan weiter ausbaue. Wir sind hier auch heute in wunderschönen Schwellen unterwegs und ich darf den Matthias fotografieren. Bei euch wahrscheinlich auch bekannt als der Moloch. Super Type, mit dem macht es richtig Spaß. Wir haben gerade schon ein paar nette Porträts geschossen und wollen aber jetzt halt so ein bisschen in das Cosplay reingehen und ihn in seinem Alter Ego fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.